Kommst klar oder soll ich kommen? Ich bin tot, ich hab keinen Medpack Aber ich hab keinen, der Silber geht glaub ich Rückzug, Rückzug! Komm zu dir, ich bin bei dir, komm nein nein nein, bleib hier! Einer down, noch einer down Drei down, keine Munition mehr Okay, ich komm zurück Ja, lauf zurück! Aber genau, wir müssen hier irgendwie Das müssen wir noch mit einem Karte spielen Du musst nicht weggehen, du musst nicht weggehen Aber jetzt hab ich hier noch ein Problem Du musst weggehen, du musst weggehen, du musst weggehen, du musst weggehen Du musst weggehen, du musst weggehen, du musst weggehen Geh mal weg von mir! Danke Okay, ich hab die eine Straßenseite wieder Ach, du hast die andere hübsch Na, na Enemy spotted Medic 200m To the rear So Wir werden neue wave, ne? Ja Soldat 200m Left flank Reloaded Alter, sieht irgendwer, wer unser Haus zerlegt? Nein Irgendwo oben im Haus Wollst du toben oder soll ich mich machen? Wo ist er? Oben Also hast du das First Aids? First? First Aids Kit, ja Ich hab noch eins Easy, alles easy Ja, ich hab auch, glaub ich, ein paar tatsächlich Ja, ich hab drei Ja, ich hab drei Einer ist down Einer ist down Genau dahinter Ja Der Eingang ist gerade clear Ich bin jetzt nicht tot Ich bin jetzt nicht tot Ich bin jetzt nicht tot Mir fällt eine Wand um Mir ist einfach eine Wand umgefallen Ja, ich hab's gemerkt Sollte das was werden? Nö Der Wand war jetzt ein bisschen kacke Der andere hat mich ganz auf Tobi Hä? Warum warst du plötzlich tot? Ich war tot, weil ich erschossen wurde Ja, und warum bist du respawned? Weiß ich nicht Ich hab kein Blut Zumba aufnehmen Ich hab 15 Magazine Ich hab 15 Magazine Warte, kommt das von hier? Ja, kommt das Wird die Waffen gewechselt? Der oder du? Ich? Hey keine Waffen Ich hab die wieder hingelegt Ich habe die, die sind Ich habe die wieder hingelegt Die kommen mit hier in die Sandbarrikaden Die sind voll gut Ich hoffe wir, dass die nicht erreicht werden. Ja, genau, bei uns ist einer. Habe einen. Ja, ich guck nur ab und zu vorne, weil vorne ein bisschen weniger wird und ich will nicht auf einmal auf die Schulter geklopft kriegen. Ich will, dass ich dich nicht breche. Mist, dafür. Ist Tobi tot? Ja, Tobi ist tot. Was mit Tobi? Tobi steht hier in der Enke. Ja, kurz gerade was an, aber wir kommen ja gerade auch einigermaßen an, glaube ich. Engaging! So, wer hat's denn auch auf den? Hat er auch eine Granate über die... Versuch's mal. Oh, das war sehr weit, oder? Ja. Das ist ein Nachbarort. Ich hab deine 6. Der andere ist hier hinten. Wo kam der wieder zurück? Ah, er kommt zu euch. Von wo? Äh, dazwischen, äh, keine Ahnung wie das erklären wird, geradeaus. Wo kam der, der kommt zu dir, kommt zu dir. Hab ihn! War das, war das der letzte? Müsste eigentlich? Ja. Ja, war der letzte. So, jetzt hoffe ich nur, dass meine Waffen und so noch da sind. Ich helfe dann einfach hier in meine Hand. Ich könnte also... Hilfen. Ist noch zwei Granaten. Ups, ups. Drei, zwei, eins, go! Ich kenn die Sandsäcke. Kann ich ne Mine legen? Ich bin am stehenden Sandsack. Ihr seid ja in die andere Richtung. Okay, da kommt schon einer. 80 Soldiers. Rifleman. 100 Meter. Zurück! Zwei, drei, seht schon, hab ich ja. Leider nicht dahinten. Ich warte zurück, warte zurück. Der ist tot. Von der Seite wo ich gucke, kommen auch selten welche. Ja. Ich hab ein bisschen die Kirche im Blick. Ja, dann werden wir uns letztes Mal gekühlt. Das ist jetzt Weller 13, die sollte schon ordentlich werden, ne? Oh, die andere Richtung, wo keine Sandsäcke sind. Jede Menge auf der Straße. Ich sag noch, nimm die Standardwaffen. Ey, wir sind jetzt alle über die Straße gelaufen. Ich glaube, ich hab Platzpatron gewischt. Wie viele Meter sind das? Ich hab keine Range. Sind bestimmt 300 oder so. Ja, auf 300 treffe ich besser die Straße runter. Viel besser. Oh, 300 ist knapp drüber. Okay, dann bist du woanders als ich. Fuck, von hinterher raus, von nebenher raus. Da ist einer. Ich bin down. Ich lieg hinter dir. Oh, das Wiki hat mich fertig gemacht. Hintermaus ist down. Ich hab welche dabei. Ich hab welche dabei. Hintermaus sind zwei. Ja, ich merk's, ich seh's schon. Okay, ich sterbe, dann mach ich Respawn. Kann ich euch wenigstens was sagen. Hast du stirbst? Nein, bleib mit meinem Leben. Ich hab dich gleich. Musst nur noch einen erledigen. Ja, Totenkopf kommt halt immer schneller. Boop, 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 boop. Ja, dann bleib lieber am Leben und dann versuchen wir das Ganze. Ja, ich mach nichts. Ich hab jetzt definitiv die Seite gewechselt. Hol dich jetzt. Okay. Beinmassage. Das ist das, was ich jetzt brauche. Du bist verreckt. Du bist verreckt. Ja, ich bin genau jetzt gerade verreckt. Ich hab dich fast gehabt. Ja, okay. Ähm, hinterm Haus. Aber nicht sichtbar. Dieses kleine Haus verdeckt ist. Richtung Kirche. Wenn ihr auf die Kirche guckt. Links neben der Mauer. Und direkt vor der. Vor unserer Base auch. Tobi. Links. Wenn ihr jetzt links raus guckt. Schräg vorne. Da ist China. Jetzt läuft er direkt zur Laterne. Okay. Einer ist direkt hinter der Kirche. Ich hab ein kleines Munitionsproblem. Könnt ihr mich kurz decken? Hinterm Haus sind zwei. Von dir aus gesehen vorne links. Ja. Ja. Ja, da guck ich auch. Direkt bei der Kirche rechts Tobi. Guck mal nach rechts. Da sind zwei. Pass bloß auf. Die sind genau vor der Kirche jetzt. Ja, ich sehe es. Die andere Richtung ist gerade safe. Ein Schuss habe ich noch. Ist kein Pistole oder so? Ah! Ich liege auf dem Dach. Da liegt der AK mit 6,20 Magazinen rum. Und ich hab doch noch Munique. Also er ist einem direkt hinter der Kirchenmauer. Bis nachladen? Ja, ich hab gesehen, halt. Ich hab ihn gesehen, aber ich muss nachladen. Okay. Ich guck mal, ob ich noch andere finde. Hinterm Haus hast du? Ja, sehr schön. Hinter der Kirche oder hinter der Mauer der Kirche? Ähm. Irrelevant. Er ist tot. Aber vielen Dank für ihr Interesse an unseren Soldaten. Leider müssen wir ihnen mitteilen, dass diese nicht mehr verfügbar sind und von anderen übernommen wurden. Wir wünschen viel Erfolg auf ihrem weiteren Tötungsgang. Wir sehen mal nicht mehr, wo sie sind, ne? Ich könnte mal den ganzen Häuserkomplex hier einmauern, weil die schon ordentlich Mauern haben, ne? Mhm. Aber das ist dann schwerer zu verteidigen, ne? Ich weiß, wo die beiden sind. Ich weiß, wo die beiden sind. Straße runter nach rechts, wenn ihr vorm Haus seid. Da ist einer. Ja, aber der ist nicht so leicht einsüber. Vielleicht für Programmler. Hinter dem Telegrafen machst du den zweiten? Weg. Hübsch. Oh, ich mach links hoch. Ich mach die Stand-Sandsäcke hier. Oh, jetzt hab ich endlich mal einen Scope. Endlich mal einen Scope. Kontakt. Kontakt. Deck 1. Patsch, ich seh das schon kommen. Jetzt muss mir eine andere Waffe holen, ne? 2. 2 Magazin. Ist hier jemand in meinem... Ist niemand auf meiner 6? Seid hier oben auch, oder? Ja. Doch, doch, ja. Links neben kannst du mal gucken, ob du was siehst. Links neben was? Äh, da wo das alte Haus ist. Hinter dem Haus. Hört doch endlich mal. Fünf Schüsse, bis diese gepanzerten Typen fertig sind. Wann kommen die Zombies? Äh, gar nicht. Kann sein, dass von Kirche ein bisschen... Druck kommt. Ja, an der Kirche, an der Kirche, an der Kirche, an der Kirche. Mich heilen. Ja, Tobi, das geht. Witter maus, witter maus, witter maus. Witter maus, witter maus. Wird mich aber... Ich nicht dem... Nicht dem meint, ich... Nicht dem meint, ich... Weg da. Nein, nein, ich wollte nur noch nicht da reinstehen und gucken. Ich will eigentlich nur noch AK holen. Äh, einer läuft auf die Straße geradezu. Halt, Linkbums. Oh, ich hab gesehen, dass neben Haus bestimmt dran ist. Ich hab jede Menge. Ich hab jede Menge. Was, wo ist ne Menge? Ob's klar oder soll kommen? Ich bin tot, ich hab keinen Medpack. Ich hab kein S-Z-Projekt, glaub ich. Rückzug, 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 Rückzug. Komm zu dir. Ich bin leid, komm, nein, 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 bleib hier. Einer down. Noch einer down. Drei down. Keine Munition mehr. Von wo kommt das? Ich bin unbewarft, geht. Da kommt einer. Wo, von wo, von wo? Ähm, von links von dir aus gesehen. Zumindest hab ich da in Begegnung gesehen Ich muss versuchen einen der Leichen zu kommen, damit ich wieder bewaffnet bin Braucht unbedingt einen besseren Hahn als einen Muss ich nicht sehr gefährlich oder sein Okay ich bin bewaffnet, ich bin beide drogen Wie schnell schon wieder meine Munition Ah ich bin down, ich bin direkt neben dir zu Boden gegangen Sehr gut, okay Der eine kommt gegen das Haus und der andere kommt zwar auf Eingang aber mach ich gleich Okay danke Oh fuck, 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 ich stehe genau in seinem Sichtfeld auf Lauf, 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 du kleiner Er bewegt sich aber nicht, dem ist das egal Einer ist down Der andere steht immer nach vorne Das ist down Okay, danke Tobi Einer ist an der Tankstelle noch Tankstelle? Geht hinten rum Nein, das RSEO passt nicht auf die AK Ja, da kriegst du ein PSO1 drauf Könntest du den Wendel hinten über die HW Äh, Double Bearer sehen? Der rechten Tankstelle Andere Seite, andere Seite Direkt an der Tankstelle? An der kleinen Mauer, Loco Ich weiß nicht mal wo die Tankstelle ist Hinter der kleinen Mauer hier? Äh, wenn du raus guckst, rechts um das Haus rum direkt Links um das Haus rum, links, links, links Dann neben der Tank Okay Pushen Ich bin hinter dir Ist mein Rücken sicher? Ja, der ist sicher Links rum ist der direkt Immer? Ne außerhalb Nice Ich hab wirklich einfach blind umgelegt Okay, hier liegt ein bisschen was rum Ähm, Tobi, was hast du für eine Waffe? Ich hab eine CMR6 Passt da Das ARCO drauf, Jan? Äh, was? Ja, ich glaub schon Willst du haben, Tobi? Hat doch schon die ARCO Tobi Achso, hat er schon Wieso habt ihr alle so geile Waffen? Warte, hier liegt auch noch eine mit Scope Ich brauch da aber irgendwie nochmal Munition Hast du noch irgendwo einen Airtrop gesehen? Alter, die kriegen aber langsam echt bessere Waffen Ich glaub ich wechsle auch mal auf die Typ 115 Denn wenn die die jetzt haben Ich mag meine Waffe, aber ich hab grad keine Munition mehr Jetzt sollte ich doch nochmal wechseln Nein, meine Waffe ist gerade despawn Verdammt Ich muss hier runter, ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe Ich hab keine Waffe Ich hab keine Waffe Ich bin irgendwo im Nirvana Ich muss irgendwo anders rein Ich hab keine Waffe Ich hab keine Waffe Wo seid ihr so? Ich bin nicht da, wo ich sein sollte Dang Keine Ahnung mit was ich gerade geschlossen hab Was, das war das einzige Magazin, was ich hatte? Und jetzt bin ich unbewaffnet? Wollt ihr mich verkackeiern? Was brauchst du? 6.5 Ist das? Ähm Warte, ich hab die Ach, ich hab die falsche Munition aufgeholt Warte, das Ding hat noch eine Shotgun-Funktion scheinbar Dann hab ich noch Munition Hier ist noch was auf dem Boden Ah ne, hinter die Augenboden Ah ne, hinter die Augenboden Ok, aber mit der Shotgun komm ich auch nicht klar Alter, das ist echt heiß Ich hab den Auto Dankeschön Nimm die Seite, oder was? Da war die ein paar, ja Reloading Zack, ich bin sowas von im Arsch hier 6.5 6.5 Kriegt man die jetzt öfters? Weil die Fight-Office immer zu tun Passi, ja die äh Militärling haben die 6.5 dabei Ok, dann hab ich jetzt endlich ne Waffe mit Scope Der Typ 115 Ich hab noch 3 Schiff Never heard of her Keine Pistole Stimmt, Pistole könnte man sich mal wieder zulegen Aber die haben die glaub ich gar nicht mehr Fuck, ich bin tot Wo? Wo? Hinten? Ach, du bist draußen Wörtlich doof Mitter, weil es ist echt wichtig Rechtzeitig in der Bücherin im Haus zu sein, ey Ja, ich seh das schon Ich find Tobe geil Der liegt immer noch Kommst vorne klar? Geh ne Etage höher und sogar Überlege aufs Dach zu gehen Ich glaub, dass wir in den letzten Zügen der Welle sind Ach, die die 115 äh 50 BMG, ne? Keine 6 Ja, irgendwie hat hier noch zweite Waffe drin Ich versteh das nicht ganz Recht, Frau von 6 hier Oh ja Hab ihn 80 Soldaten Ich glaub das war mein Kill Ah, ich bin tot, ich lieg aufm Balkon Ah, der steht direkt links von uns Der wurde geduckt durch die Sanddinger schießt Da steht er fast direkt vor Versuch dich zu holen Jetzt ist er da zwischen den beiden großen grünen Wänden Ach, du versuch mich zu holen Das ist nett Ich hab auch nen Stalker-Helm auf Kann ich nicht holen Also nicht safe Nee, Andi Also jetzt gerade sieht's draußen gut aus Sicher? So, 70% Also ich seh wirklich zu 100% niemanden, der noch lebt Ja, vielleicht könnt ihr mich ja noch retten Aber mir sind noch Leute Und ich? Hinterm Haus sind Leute Okay Ich bin hinterm Haus komplett Ja, ich sie auch immer noch Jetzt bin ich auch tot Ach, super Oder sogar 1, 2, 3 Hier gibt es 6 Leute Was ist das? Dann geh ich aufs Dach und geb dir von oben Nein, geh nur nicht aufs Dach Die, geh hier schon nicht hier Was? Okay, Falk dann komm ich wieder rein Schließ hier mal die Tür Tür und Tür sind sicher So ähnlich wie Klappen Kennste Klappen? Oh, man fickt die Direkt vor Direkt vor der Basis steht einer Ja, das ist der, der mich getötet hat Zwischen Kirche und Könntet ihr eine Granate da oben mal reinwerfen Ja, das ist keine Granate In deinem Haus? Wo mal wo Bord sein im Haus ist Ich stimmt gar nicht, Tobi lebt noch Tobi lebt noch, der sitzt da unten Ja stimmt, wer in deinem Haus wäre, wäre der tot Äh, ich geh mal hinten Also ihr könnt vorne rausgehen Und ihr müsst mal aufpassen auf den einen Du meintest doch hinten sind welche Ja, hinten sind 6 Stück Wo hinten? Hinter dem weiteren Haus oder wie? Ja, die kommen gerade raus Oh, Falk Wenn du aufstehst dann Oder Granate mal reinwerfen Ja, aber ich kann Granaten nicht werfen Siehst du das? Ich schmeiß die nach sonst wo Schlecht Die landen bei mir in Ufekistan Ja, einen hab ich Hier ist eine ganz kleine Lücke Zwischen den Sandsecken Ja, da sind noch 4 Stück 5 Reloading Jetzt wissen sie auch, dass ich hier bin Deswegen kommen die immer in dieses Tor Ja, du könntest die auch vom Fenster aus platt machen Ich weiß noch nicht, ob das so viel ist Was passiert da gerade? Hinter dem Maus versuche ich aufzuräumen Aber es ist nicht so einfach Ich hab noch die Granaten gemacht, ich könnte so ein bisschen was probieren Alter, da kommen so viele Ja, ich sehe den direkt am Eingang 1, 2, 2, 3, 4 Stück Nein, ich muss da aufhören Gut ist, dass ich Patroni einfach nicht durchgehen Ja, der hat eine dicke Wurm Oh, das war eine gute Granate Ja, gleich Aber einer lebt noch Jetzt hast du zwei Stück Wie kann man Granaten so präzise werfen? Ich verstehe das nicht Na, da steht noch einer Ist es clear? Ja Sieht okay aus Ich gucke mal nach vorne vorsichtig Ich weiß auf jeden Fall, wo ich mir Waffen holen kann Dann zieh dir auf jeden Fall welche Tics an Ah, hier ist auch ein Scope Super Ich jetzt oder was? Ja, du du Wieso, hilft das? Ja, auf der Straße, auf der Straße, rechts, rechts auf der Straße Nicht Richtung Tanker, also der andere Seite, ja Ja Du Ja, rechts Habe ich mal Nice Nein, falsche Waffe Diese scheiß zusätzliche Funktion, ne? Drückst F, du denkst, dass die richtige Waffe auf euch schießt damit Ich weiß nicht, was das ist 50er BMG Ist das ein Shotgun? Nein Plastikpatronen? Nein Damit holen wir unsere Flugzeuge vom Himmel Oh Sag ich auch, Plastikpatronen Diese BBs halt Aber du hast halt nur einen Schuss Ah, ganz hinten Da, wo ich gestorben bin Da müsst ihr noch einmal weitergehen, da ist noch einer Nein, ich hab da ein ganzes Magazin von, ich hab noch drei Stück Bleiben wir an? Wo sind die? Hier ist noch einer Der letzte? Ja Hinterm Haus Auf der rechten Seite Ich hab's erwischt im Haus Ach, ernsthaft Ja Muss ich da jetzt hin oder was? Bei im Haus In dem, oh ja Ja Oh, nix darf man hier Dann lass ich's halt Der zweite Punkt auch Nice Hast du mich versucht zu holen? Alter, da waren ja echt noch ganz schön viele Okay Put April's Tripwire mine Ja Ja, ja, ja Wieso hört er auf? Oh, jetzt Ne, mach weiter Muss einfach so drückhalten Wenn ich keine Animation sehe, whatsoever Jetzt ist nur noch einer, wenn er ganz hinten wieder, ah, da wo ihr vorhin die ganze Leute getötet habt, da steht er jetzt Da haben doch keine Leute getötet Wo die Granaten eingeschlafen Also ey, die sind ordentlich Munition und alles drin, die Taschen Echt? Ja, Munition nämlich auch drauf Wo die Liebesgranaten Ich hab noch meinen Taschen voll mit sonst was, ey Ey, Liebesgranaten Ja, auch Tatsächlich So, jetzt hab ich sechs Magazine Wo ist der? Bei den Liebesgranaten Wo sind denn die Liebesgranaten? Ja, wo ihr voll die Granaten reingeschwissen habt Also hinten Ich hab jetzt sechs Magazine für die 115 Und ich hab Fatigue an Bitteschön So blödes nicht schief mit Christian, ich weiß nicht was es ist Zeichen der Schlange Wahrscheinlich weil ich jetzt die komplette Munition Äh, ja, genau da Äh, ja Der guckt genau aus Cut one Ist der einzige? Ja, okay Sandsecke, 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 Sandsecke Ich brauch Muni und Waffe Ja, du solltest dich vielleicht ein bisschen ausrücken Ausrüsten Zeichen der Schlange Hab ich auch gekriegt eben Was hast du gemacht? Keine Ahnung Jetzt hab ich schon wieder nur 13 Schuss Habt ihr irgendwo ein AirTrop gesehen? Äh, ich kenn ja Ich hab 18 Magazine Ich hab Fett schon wieder Ungeflogen Ihr könnt mich drehen In dem 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 Olympischen Ich hab ihn nur ein